Wann zur Hölle ist eine Amtshaftungsklage im Familienrecht überhaupt mit Aussicht auf Erfolg ausgestattet? Ich erkläre es euch in diesem Video, zumindest den ersten Punkt. Verstoß gegen BGH Römisch 12 ZB 6809, die Randnummer 42, wird von mir in beinahe jedem Video, jetzt etwas übertrieben formuliert, angebracht. Dies sagt aus, wenn ein Gutachten auf ungeklärten Anknüpfungstatsachen oder sogar auf falschen Anknüpfungstatsachen passiert, dann ist es in der Regel unverwertbar. Klagen gegen einen Gutachter haben damit also äußerste Aussicht auf Erfolg, wenn hier falsche und ungeklärte Anknüpfungstatsachen verwendet wurden, weil das hier eben nicht unter den Schutz fallen würde, den ein Richter hat bei der Ausübung seiner Dienstgeschäfte. Der Richter muss ja Beweise bewerten und sich entscheiden. Dem Sachverständigen ist diese Möglichkeit nicht genommen. Die einzige Möglichkeit, einem Sachverständigen bei ungeklärten Anknüpfungstatsachen das Gutachten zu erstellen, ist, indem er alternativ argumentiert, wenn das Kind geschlagen wurde, Fall 1, dann müsste man dieses Ergebnis haben, wenn es nicht geschlagen wurde, dann Möglichkeit 2. Kommt in der Regel niemals vor, könnt ihr also vernachlässigen. Die zweite Möglichkeit wäre dann für einen solchen Sachverständigen, er müsste ein solches Gutachten schlicht und ergreifend ablehnen. Das ist der erste Punkt, bei dem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Berufshaftpflichtversicherung des Sachverständigen wird einspringen müssen. Die Verwendung von ungeklärten oder falschen Anknüpfungstatsachen. Das nächste Video erklärt euch mehr zu diesem Themenkreis. Das Video erklärt euch mehr zu können. Untertitelung des ZDF, 2020